Mein Name ist Daniel Zittelsberger, ich bin Verkaufsberater der BayWa AG. Ich bin am Standort Ehing zuständig und wir zeigen meinen Kiteabs über das Grünland. Wir haben den Grünland-Bestand, den man hier hinter mir sieht, vor ca. sechs Wochen zwei Striegelstriche durchgeführt. Den ersten Striegelstrich sehr scharf, dass wir die gemeine Rispe entfernt haben und haben dann die Ware, die draußen losgelegen ist, abgefahren. Und mit dem zweiten Striegelstrich ist er nachgefolgt mit ungefähr 70% Rotklee, den man leider jetzt den Bestehnerstand noch nicht offiziell sieht. Aber wenn man den Bestehnerstand besser anschaut, dann sieht man, dass da schon teilweise kleine Ruckelarten durchdrucken. Durch die Witterung und durch die etwa schlechte Kalium- und Kalziumversorgung des Standorts, sieht man auch recht schön, dass relativ viel Rost am Gras dran ist. Natürlich auch den beschuldet, dass das Grünland natürlich schon unter der Trockenheit gelitten hat. Und man natürlich jetzt da schon Verbesserungsvorschläge dem Kunden gegenüber bringen kann, indem man praktisch jetzt vor allem mit der Kalkdüngung schon mal die Grundnährstoffe schon mehr aufbessert. Ein paar Themen zum Rotklee noch, obwohl der Bestand noch nicht offensichtlich da ist. Nach dem Nachsehen kann man relativ schön unter den einzelnen Gräsern raussuchen. Da ist er jetzt ungefähr mit zwischen zwei bis drei Zentimeter groß drinnen. Wenn man auf dem Bestand eine Spatenprobe durchführt, kann man sehen, dass er ungefähr zwischen 20 bis 25 Zentimeter ab, obwohl er an Oberfläche gerade zwei bis drei Zentimeter da ist, schon runterwurzelt. Mein Name ist Hans Koch. Ich bin Produktmanager bei der BayWa für landwirtschaftliche Mischungen. Wir stehen hier am Fuße vom Bayerischen Wald und das Thema ist, wie bekommen wir in eine Wiese, so wie wir sie hier finden, ungefähr 6000 Liter aus dem Grundfutter. Eine der Möglichkeiten wäre, dass wir natürlich kontinuierlich nachsäen. Um zu schauen, ob die Nachsaat gut funktioniert, überlegen wir und testen wir, ob wir freien Kalk im Boden haben, weil das die Grundvoraussetzung ist, dass wir 25 bis 30 Prozent Rot- und Weißklee im Bestand haben. Wenn der da ist, kommen wir auch sehr gut mit 170 Kilo organischen Stickstoff aus der organischen Düngung aus und ergänzen das Ganze natürlich mineralisch mit Kali, Kalk und den Nährstoffen, die eben fehlen. Wenn wir wie hier eine Wiese haben, die im Sommer nachgesät wurde, empfiehlt sich jetzt nur ganz leicht zu striegeln oder gar nicht und natürlich nach dem nächsten Schnitt schon mit organischer Düngung weiterzumachen. Damit aber in den Bändern die jungen Pflanzen nicht abgedeckt werden, könnte man zum Beispiel die Gülle und Gärreste separieren, sodass die Gülle gut abfließt. Und ein weiterer Punkt, um es effizienter zu gestalten, ist die Gülle so zu behandeln, dass sie weniger Emissionen hat, einmal was die Ausgasung an Ammonium geht, aber gleichzeitig auch alle anderen Themen. Wie das gut gelingen kann, wird jetzt gleich im Anschluss mein Kollege Dr. Wolfgang Angermeyer für Sie berichten. Mein Name ist Wolfgang Angermeyer. Ich bin für die BayWa als Berater tätig und entwickle in dieser Funktion derzeit Nachhaltigkeitsprogramme, die die Leistungen von Landwirten honorieren können. Der Einsatz von Gülle, wie Hans Koch eben gesagt hat, ist ja einerseits die Funktion als ganz wichtiger Pflanzendünger. Zum zweiten aber eben auch der Kritikpunkt, während der Lagerung von Gülle werden erhebliche Mengen Methan freigesetzt, die bekanntermaßen ja als Treibhausgas eine schädliche Wirkung entfalten. Dieses Problem kann allerdings als gelöst angesehen werden. Durch die Zugabe von Eminex, das ist ein Aufbereitungshilfstoff für Gülle auf Basis von Kalkstickstoff, gelingt es uns, die Methanfreisetzung während der Lagerung drastisch nahezu vollständig zu reduzieren. Darüber hinaus weist mit Eminex behandelte Gülle eine deutlich bessere Fließfähigkeit auf und durch die Reduktion der Gasbildung während der Lagerung wird auch das Lagervolumen, der Lagerrahmenbedarf für die Gülle erheblich reduziert. Weiterhin verbessern sich die Fließeigenschaften, sodass auch die Pflanzenverträglichkeit und die Wirksamkeit der Gülle als Dünger deutlich verbessert wird. Die positiven Wirkungen von Kalkstickstoff auf Bodengesundheit und Bodenhygiene sind bekannt und wirken natürlich auch bei Zugabe über die Gülle. Über unser in Entwicklung befindliches Programm Initiative Klimalandwirt wollen wir solche Klima- und Umweltleistungen der Landwirte wie die Reduktion der Methanfreisetzung während der Gülle Lagerung auch honorieren. Eminex ist dafür ein privater Hilfsmittel. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.